Ayo Leute, ich bin's wieder, Dragon Game Summers Jones, und heute spiele ich Line Runner. Das Spiel hier. Hoch, runter. Hoch, 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 runter. Weiter geht's. Ja, seht ihr mein Bestes? Ist auch mein einziges Beste. Runter, hoch, runter. Keine scheiß Werbung, man. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. ich versuche was anderes zu sagen was keinen sinn ergibt und versucht das gegenteil zu machen also naja jetzt gerade hoch runter hoch runter hoch mal sehen ob ich es schaffe und irgendwie schon ja und jetzt sage ich mal gar nichts und spiele einfach das spiel okay hab was vergessen zu machen hoch hoch dann hoch und dann runter schon wieder werbung keine lust auf werbung sogar über diesem ding aber verletzt habe ich mich ok jetzt einfach mal ruhig noch einmal aber dann war's das noch einmal aber dann war's das oh Wow, ich war ganz ruhig und 216 habe ich geschafft von 164, na Hauptsache die Zahl 6 war dran. 6, 6, ok. Das war es mit dem Video, ich hoffe dir das Video gefallen, mir geht die Empfehlung nach oben, bitte auf meinem Kanal, blablabla. Like das Video, ich bin Drangham, Samus Jones, tschüss. Eduardo-Hurism in der Gonnaen blablabla ist deine Teile